Guten Tag, das ist Kathrin Erni von SwissGermanOnline.com. Heute reden wir über die Berufsausbildung in der Schweiz. Ich sammle Erfahrungen. Du sammlest Erfahrungen. Er sammelt Erfahrungen. Sie sammeln Erfahrungen. Es sammelt Erfahrungen. Wir sammeln Erfahrungen. Ihr sammelt Erfahrungen. Sie sammeln Erfahrungen. Ich sammle Erfahrungen. Du sammlst Erfahrungen. Er sammelt Erfahrungen. Er sammelt Erfahrungen. Es sammelt Erfahrungen. Er sammelt Erfahrungen. Wir sammeln Erfahrungen. Ihr sammelt Erfahrungen. Sie sammelt Erfahrungen. Sie sammelt Erfahrungen. Ich sammelt Die Kenntnis erwerben, die Proof, die Erfahrungen sammeln. Die Kenntnis erwerben, die Proof, die Erfahrungen sammeln. Eine Weiterbildung machen, die Feigheit, die Lehre machen. Die Zeitgenössische Feigheitszeugnisse Die Zukunft Die Kenntnis erwerben Was hast du in Zukunft vor? Ich möchte einen richtigen Beruf lehren Wie wäre es mit einer Schweizer Berufslehre? Was hast du in Zukunft vor? Ich möchte einen richtigen Beruf lehren Wie wäre es mit einer Schweizer Berufslehre? Hoi Peter Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen Was machst du eigentlich? Du bist schon fertig mit deiner Ausbildung Ich habe gerade meine Schreinerlehre abgeschlossen Morgen komme ich mit einem eidgenössischen Feigheitszeugnis über Super! Herzliche Gratulation! Hoi Peter Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen Was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Bist du schon fertig mit deiner Ausbildung? Ich habe gerade meine Schreinerlehre abgeschlossen Morgen komme ich in mein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis über. Super! Herzliche Gratulation! De Proof! Erfarrige Samle! Es Praktikum mache. Du spültig! Du spültig! Eine Weiterbildung machen. Die Feigheit. Kler mache. Seidgenössische Feigkeitszeugnis. Die Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft. Die Kenntnisse erwerben. Danke vielmals fürs Zuschauen. Tschüss.